Der Jodler, den wir jetzt gleich hören werden, würde in Tirol wahrscheinlich Tiroler Dreier heißen, in Oberösterreich, oberösterreichischer Dreier. Bei uns ist es der Steirer Dreier. Wie der Name schon sagt, ein Jodler für drei Stimmen, für drei Frauenstimmen. Und das Wichtige daran ist, keine Stimme darf überwiegen. Die Stimmen müssen ausgewogen sein, sie müssen zueinander finden, aber jede muss für sich stehen. Erklären kann man es nicht so gut, man muss es einfach hören. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020